Jetzt wird geschlafen. Ich bin nicht müde. Na schön, denken wir uns gemeinsam eine Geschichte aus. So gut wie keiner weiß irgendwas vom anderen. Und oft auch nicht mal von sich selbst. Wir wissen nichts. Mama, stimmt was nicht? Sie bestraft sich selbst, nur um mich zu bestrafen. Manchmal bilden wir uns warum auch immer ein, wir würden doch irgendetwas wissen. Dann ist es noch schlimmer. Es ist wohl besser, in vollständiger Unwissenheit zu leben, als Falsches für wahr zu halten. Unser Staat steht quasi schon als Retter vor dem Tor. Steht er gar nicht. Und ein Tor gibt's auch nicht. Das ist ein Abgrund. Vielleicht kannst du mir endlich sagen, was ist bloß so besonders an dir, dass ich dich so sehr liebe. Sowohl die Hölle als auch das Paradies lassen sich in jedem Raum antreffen. Ein wenig Böswilligkeit und ein Mensch bereitet dem anderen die Hölle. Ein wenig Mitgefühl, ein wenig Großzügigkeit und ein Mensch bereitet dem anderen das Paradies. Ein wenig Mitgefühl, ein wenig Mitgefühl, ein wenig Mitgefühl. di